Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video haben wir eine spannende Möglichkeit kennengelernt, Differenzierbarkeit geometrisch zu interpretieren. Das werden wir jetzt für dieses Video hier brauchen, denn das Ziel für dieses Video ist, dass du anhand von geeigneten Beispielen erklären kannst, was denn unter anderem so passieren kann, sodass eine Funktion nicht differenzierbar ist. Dafür schauen wir uns zwei Beispiele an. Zunächst einmal die Betragsfunktion. Wir betrachten es eine Funktion f mit f von x ist der Betrag von x und die ist an der Stelle 0 nicht differenzierbar. Schauen wir uns hier mal den Graphen von f genauer an und da stellen wir fest, an der Stelle 0 macht f wirklich was komisches. Da hat der Graph so einen Knick. Und genau da ist tatsächlich auch das Problem, denn egal wie wir jetzt versuchen eine Tangente in Punkt a mit Koordinaten 0,0 an den Graphen zu legen, der Funktionsgraf verlässt so einen Keil ganz sicher auf einer Seite. Also wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen die Tangente hier so an den Graphen zu legen, dann können wir hier so einen Keil einzeichnen, zum Beispiel mit y gleich 0,5 und wir erkennen, na gut der linke Teil des Graphen sticht aus diesem Keil garantiert heraus. Wir könnten die Situation auch einfach genau umdrehen. Also wir könnten auch versuchen hier die Tangente an den Graphen zu legen im Punkt a. Dann wäre der Keil auf der anderen Seite und dann würde der rechte Teil des Graphen aus dem Keil herausstechen. Das bedeutet, bei so einer Knickstelle ist eine Funktion nicht differenzierbar. Schauen wir uns noch eine weitere Möglichkeit an, wie eine Funktion nicht differenzierbar sein kann. Und zwar die Kubikwurzelfunktion, also eine Funktion f mit f von x ist die Kubikwurzel von x, ist ebenfalls an der Stelle 0 nicht differenzierbar. Warum nicht? Naja, was passiert mit der Steigung der Sekante, wenn der Punkt b entlang des Graphen immer weiter Richtung Punkt a rutscht? Also wieder unsere übliche Überlegung. Und nun pausiere kurz das Video und mach dir ein paar Gedanken dazu, was passiert mit der Steigung dieser Sekante? Nimm dir ein paar Minuten dafür Zeit und wir sprechen dann noch ein bisschen darüber. Also, was passiert mit der Steigung dieser Sekante? Naja, die wird immer immer größer. Und zu jeder noch so steilen Gerade durch den Punkt 0,0 gibt es einen Keil, den der Funktionsgraph ganz sicher verlässt. Die einzige Möglichkeit, die wir hätten, wäre, wenn die Gerade senkrecht ist. Aber mit einer senkrechten Gerade können wir nicht viel anfangen, denn die Steigung einer senkrechten Gerade, über die können wir nicht sinnvoll sprechen. Also, die Funktion f mit f von x ist Kubikwurzel von x, ist an der Stelle 0 ebenfalls nicht differenzierbar. Achtung. Achtung. Bind dir? Achtung. Vielen Dank.